Gemeint, hier hätten wir eigentlich schon ausfüllen müssen. Aber so ist das auch in Ordnung. Musik ist zwar ein bisschen leiser, aber die muss gleich etwas lauter werden. Haha. Äh, jawoll. So geht's gut auf. So, machen wir hier nochmal Wasser, dann haben wir eigentlich auch genügend, äh, Weed, beziehungsweise Weizen, Getreide, wohlgemerkt, äh, um dann die ganzen Viecher hier zu füttern, ne? Ist ja ganz klar. Ne, Sichel bräuchte ich noch, oder haben wir hier irgendwie was? Ich habe auf jeden Fall Samen. Kann man damit rausnehmen. Gut, dann gehen wir hier mal kurz rein. Machen uns schnell eine. Hm, aus, Kabelstone. Weil die geht dann nicht so schnell kaputt wie die aus Holz. Tun wir dann da rein, aber die brauchen wir jetzt vorerst noch. Hm. Mäh. So, machen wir hier mal wieder Licht. Wie gesagt, das verscheucht, sag ich mal, die, ein paar Mobs. Ja. Machen wir mal hier. Machen wir mal die ersten drei. So, das hätten wir dann. Dann tun wir hier die Sichel wieder rein. Dann wissen wir nämlich auch immer, wo sie ist. Mit dem Setzling können wir dann noch einen kleinen Wald anfangen oder machen. Aber jetzt gehen wir erst mal schlafen bei so einem Tag. Gute Nacht, Leute. Gehen wir mal runter. Ich gucke mal kurz, wie das mit dem Ding steht. Ah, haben wir nur genügend. 294 Gigabyte, meine Freunde. Ja. Sollte reichen. Oh Mann, hier brennt echt jedes Schwein. Außer Spinnen und so. Und hier mal so ein kleines Waldgrundstück. Da kann man eigentlich auch mal ein bisschen erkunden, würde ich sagen, oder? Was hat hier Gravel zur Suche? So. Moo. Einen guten, muten Tag heute. Ah, da ist noch ein Creeper. Ey Creeper, komm mal her, Alter. Du hast den Schutzgeld noch nicht bezahlt. Jetzt musst du bezahlen. Deine... Aber deine Art will auch nicht ausradiert werden, also ausrotten, ne? Mann, ich hätte echt mal Interesse, wie viele Mops ich schon gekillt habe. Warte mal, es müsste irgendwo gehen, oder? Statistiken. Jawohl, guck mal mal. Anzahl an der Spiele. Aha. Welten gespielt. Aha. Spielstelle geladen. Aha. Ja, Spielerbeitritte. 116. Jawohl. Gelaufene Strecke. Jawohl. Aha. Sehr schön. Ganz toll. Geh zu der Creeper, Tuno 92. Naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber das hätte mich einfach mal interessiert. So, Mukus. Guten Abend, die Damen. Guten Abend, ihr Damen. Was geht so ab, Mann? So, hier ist schon wieder ein weißes Schäfle. Ne, eine neue Scherebräu bestimmt auch bald mal wieder, ey. Macker, wie viel hier los ist, ey. Was ist hier los? Das waren schon wieder alle. Geh mal weg, Digga. Magst du raus? Darfst du aber nicht. So, die Reihe müssen wir hier mal wieder wegmachen. So, eins, zwei. Dann tun wir die andere einfach drüben hin. Hier muss ich eigentlich nichts setzen. Hier müsste ich es höchstens wieder machen. Also, Helligkeit und so. Hm. Hier müsste ich eigentlich eine Einfahrt machen. Jawohl. Wie breit ist das? Vier, oder? Zwo, vier. Jawohl. Äh. Wir benutzen jetzt mal lieber nicht die Schere, weil sonst könnt ihr die noch kaputt gehen. Das ist sowieso ein Lauf der Folge noch. Und das wird. Bitte biegen sie links ab. Okay. Ich guck mal eben kurz rüber zu meiner anderen Bude, äh, in den Garten. Damit ihr da mal gucken könnt, ob ich da noch ein bisschen Weed hab, also Weizen. Dann kann ich da auch, äh, die Viecher föttern. Apropos verrottetes Fleisch. Ihr esst doch bestimmt auch verrottetes Fleisch gerne, ne? Also, bei mir zu Hause ist es immer eine Delikatesse, ne? Ist klar. Äh. Ich hoffe, das war für euch Ironie genug. Oder Humor. Da weiß man nie, ob es reif genug ist. Also, die Dinger. Also, die ist es schon mal nicht reif. Aber das ist halt immer die Frage. Das kann man leicht übersehen. Äh, Samen. So, mit den 11 kann man noch nicht viel anfangen. Ach, das Brot schaut ja nicht aus. Äh, Weizen. Da haben wir noch nichts drin. Ach, scheiße, das habe ich Brot gemacht. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich hätte das Weizen selbst so gebraucht. Pflichtschelle. Natürlich habe ich nur in die Hand geklatscht. Schnell ist klar. Als würde ich mir eine Pflichtschelle geben. Au. Aber es würde mich halt mal interessieren, weil ich könnte auch Gedichte irgendwie da oben hin machen. Weil ich muss gerade eins für die Schule lernen, Alter. Oh, apropos Schule, Alter. Das Thema bricht bei mir schon Kotzreiz aus, Alter. Ich hoffe, ihr mögt auch Brot. Äh, ey, ey. Einmal und... Ich hoffe, das ist jetzt... Jawohl. Jetzt gucken die zu. Wo ist das kleine Baby? Wo ist es? Oh. Süß. Nett. Sehr nett. So, aber echt filmreif, so ein Scheiß hier. Minecraft ist ab sofort erhältlich für die PS3. Naja. Mehr schön bin es auch für die PS3-Gamer. Ich glaube, ich muss das mir sogar noch holen. Ich weiße den von nichts. Aber ich glaube schon, Alter. Ich meine, Minecraft ist eigentlich momentan das Bestseller-Spiel, oder? Müsste doch eigentlich das Bestseller-Spiel sein momentan. Obwohl, ich glaube, Battlefield Resort schon mehr verkauft. Ja, definitiv. Alter, wie viel Eier immer in den Leg da nach. Da kommen bei euch keine Viecher raus, ey. Ihr seid so dumm. Und da kommt auch noch ganz langsam was. Da kommt bestimmt nur Müll. Knochen habe jetzt auch nicht da was zuerst mit Knochenmäh schnell beschleunigt. Na, 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 na. Du gehst mir da draußen, du Pimmel. Mäh. Eine gute Mäh zusammen. Also, mir täte es echt auf den Senkel gehen, wenn ich da die ganze Nacht zu höre. Mäh. Mäh. Mäh, 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 mäh. Digga, verpiss dich. Nein. Boah, ich dachte schon. Scheiße, dass ich von den kleinen Kindern noch nichts nehmen kann. Aber die Roten und die Schwarzen müssen sich doch jetzt misshandelt fühlen, oder? Weil ich meine, die werden kaum genutzt. Ja, kommen wir zum Beispiel den Weg. Dann werde ich mir mal überlegen, ob ich jetzt das Auto schon mal baue. Bam, 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 bam. Ach ja, die Musik ist so Gangste. Also, mehr Samen bräuchte ich eigentlich momentan nicht, obwohl, doch. Doch, sogar, in der Tat, Alpizin kann das beweisen. Naja, okay, das Gras, den bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht. So. Können wir eigentlich auch mal wieder das Kapiston auslegen. Damit das auch mal weg ist vom Tisch. Ich hätte eine Idee. Wie wär's, wenn wir hier... Jetzt hab ich das... Jetzt hab ich keine Wolle, verdammt. Wenn wir hier so einen Strich reingemacht hätten, also nur hier, bis dahin. Das ist ja eine Haltelinie, damit man dann rechts abbiegen muss. So, jetzt hören wir erst mal die Kacke hier aus. So. Das hätten wir geschafft. Gut, dann geh ich jetzt mal zurück und versuch jetzt endlich mal den Automatt hinzukriegen. Ne, Leute. Damit ihr endlich auch mal was von dem Mod zieht hier, weil... Äh, ein paar Leute haben mich sogar schon gefragt gehabt, wie der so ist. Nicht, dass der ein Flop ist. Äh, eigentlich find ich nicht, dass er ein Flop ist. Ich find ihn eigentlich ganz nützlich, weil da kommt man wirklich schneller um die Welt. Ist ja klar, ist ja auch ein Auto. Äh, was brauch ich denn nochmal alles? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, das Lied. Das kann ich gebrauchen. Was war ich sonst noch? Ich bräuchte einen zweiten Reifen, verdammt. Naja, ein bisschen was kann ich ja schon mal zusammenbauen, glaub ich. Das Lied ist jetzt auch nicht gut. Das Lied ist auch nicht gut. Das wär in Ordnung. Äh, wie macht man nochmal einen Kolben, Leute? Mit Cobblestone. Jetzt hab ich wieder keinen Cobblestone da, ey. Mann, Mann, Mann. Das ist immer so ein Mischmasch, ey. Da. Endlich wird das Auto gemacht. Ja, passt voll. So, dann noch so, oder? Jawoll. Oh Gott, Alter. Ich brauch noch den Ofen. Den Ofen muss ich auch noch machen. Oh mein Gott, Alter. Wie ging das, ey? Äh, da, 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 da. Äh, so, so. Ach, fuck. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe, ey. Fuh, dich. Ah, hier müsste ich jetzt die Seite von dem Mod, müsste ich jetzt schnell aufschlagen. Okay, Leute, ich mach mal hier kurz einen Schnitt, weil ich dann noch kurz gucken tue, ob, äh, ja, das mit dem Mod, warte mal, ich kann's ja schnell versuchen, weil ich hab ja zwei Bildschirme. Da kann ich hier nebenbei bestimmt jetzt mal gucken, warte mal, äh, jetzt hab ich jetzt nicht mal in meiner Favoritenliste drin, warte mal, meine Kraft K-Mod für die 1.3.2. Tut mir leid, dass ihr jetzt so lang warten müsst, aber es lädt eigentlich richtig schnell. So, jetzt. Äh, der kommt da hin, der kommt da hin, der kommt da hin, äh, eine, den kommt da hin und dann zack und zack. Da haben wir schon den Motor. Einen Reifen bräuchten wir eigentlich noch. So, Leute, den Motor haben wir, das ist schon mal eine schöne Sache. Verdammt, ich bräuchte echt noch einen Reifen. Ich hoffe, dass ich noch raus kann. Wenn nicht, dann, 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 dann tue ich von den Zombies, die, das Leder abstreifen, Alter. Ja, komm, wir gehen schon pennen. Schnell nach oben und schnell pennen. Nacht.